Ampel 24 Deluxe Outdoor Trampolin Ein Outdoor Trampolin ist ein Riesenspaß für die ganze Familie. Aber nicht nur das. Auf diesem Weg kannst du auch ordentlich was für deine Fitness tun und zum Beispiel deinen Körper straffen. Schon bereits kurze Trainingseinheiten werden sich positiv auf dein körperliches und auch auf dein seelisches Wohlbefinden auswirken. Beim Trampolinspringen ist der Kalorienverbrauch mit 750 Kalorien pro Stunde sogar höher als beim Joggen. Und du merkst noch nicht mal, dass du wirklich trainierst, weil der Spaßfaktor bei einem solchen Gerät einfach überwiegt. Es geht um das Ampel 24 Deluxe Outdoor Trampolin. Dieses Trampolin überzeugt durch die hochwertige Verarbeitung der Nähte, einer wirklich sicheren Randabdeckung und einem großen Sprungtuch. Der Durchmesser komplett beträgt ca. 305 cm. Die Sprungfläche wiederum ist nur 262 cm, also sprich etwas über 2,5 m. Die Sprungfläche ist extrem sicher gestaltet und wird von 64 Sprungfedern gehalten. Das Sprungtuch selber ist 10-fach vernäht. Das zeigt wirklich eine gute Belastbarkeit, dass hier auch teilweise zwei Leute springen können. Sofern das Gesamtgewicht keine 150 Kilo übersteigt. Das Gartentrampolin ist TÜV-GS geprüft, zeigt auch, hier wird auf Sicherheit wirklich großen Wert gelegt. Und auch der Hersteller hat sich nicht gescheut, dieses Trampolin überprüfen zu lassen. Und natürlich auch sein Okay bekommen, weil es halt sehr, sehr sicher ist. Es verfügt weiterhin über einen stabilen Rahmen, der gesteckt und geschraubt ist. Das macht es einfach, wenn das Trampolin mal verrückt werden soll, beziehungsweise auch abgebaut werden soll, um irgendwo anders hingebracht zu werden. Das sehr stabile Sicherheitsnetz, und es ist wirklich stabil, wenn man gegenspringt, da passiert gar nichts, ist umgeben von 8 gepolsterten Stangen. Gut gepolsterten Stangen, wenn man da mal gegenspringt, besteht keinerlei Verletzungsgefahr. Oberhalb des Netzes wird es mit einem verstärkten Ring zusammengehalten, was dafür sorgt, dass es wirklich in sich absolut stabil ist und da nichts ineinander einfällt. Die Netzhöhe ist 180 cm, also da kann man nicht drüber springen. Und es ist weiterhin mit einem Reißverschluss und einem zusätzlichen Sicherheitsverschluss gesichert. Wenn man mal nicht will, dass da jemand reingeht, einfach zumachen. Das Trampolin verfügt auch über einen integrierten Wasserablauf, das heißt, wenn es mal regnet und sich wirklich Wasser auf der Sprungfläche sammelt, kann diese total leicht ablaufen lassen, dass man sofort wieder in den Genuss kommt und weiterspringen zu können. Im Lieferumfang ist enthalten das Trampolin selbst, das Sicherheitsnetz und die Randabdeckung in grün, eine sehr leicht verständliche bebilderte Aufbauanleitung in Deutsch, das ist schon wichtig, Handschuhe, damit du dich nicht verletzt beim Aufbau und ein komplettes Werkzeugset, das heißt, alles, was du für den Aufbau dieses Trampolins benötigt, wird mitgeliefert. Das Paket kommt an und du kannst gleich loslegen und aufbauen und die Kinder freuen sich schon. Der Lieferant bietet sogar eine Ersatzteilgarantie, das heißt, sollte mal irgendwas nicht mehr 100% sein und du möchtest etwas nachbestellen, so ist es kein Problem, über den Hersteller wirst du immer das benötigte Ersatzteil bekommen. Das Gesamtgewicht des Trampolins beträgt ca. 63 Kilo und die Lieferung erfolgt in vier Paketen, also sind die Pakete nicht so schwer, jedes einzelne. Das Trampolin ist auch in unterschiedlichen Ausführungen zu bekommen, die du dir ansehen kannst, wenn du auf den Link unterhalb dieses Video klickst. Sportbegeisterte, die dieses Trampolin bereits gekauft haben und zum Teil auch schon länger im Gebrauch haben, sind begeistert von der Einfachheit des Aufbaus, der sehr guten Verarbeitung, wo alles ausgepolstert ist und wo keine Verletzungsgefahr besteht und wirklich der am Ende gewährleisteten Sicherheit für die Kinder beim Toben oder für dich selbst beim Trainieren. Das Trampolin ist sehr standsicher, da wackelt nichts und kann sogar über Winter problemlos abgebaut werden, um eventuell zu schützen vor irgendwelchen Korrosionen oder Ablagerungen durch Schnee. Bei Amazon überzeugt dieses Trampolin mit einer Kundenzufriedenheit von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Es handelt sich hier um einen Artikel, der immer schnell ausverkauft ist. Deshalb klicke sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos, um dir den Fitness-Spaß für die ganze Familie zu sichern, bevor es jemand anderes tut. Das ist sehr gut.